Ah, guten Morgen, Mann! Ihr Kaffee! Danke, Kotzwart. Natürlich, Mann! Hast du dir die Erbschen gezogen? Ähm, ja. Oh, die Milch wurde geliefert. Saddle up Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität. Oh, so eine Nuka-Cola würde ich jetzt auch gern trinken. Nuka-Cola. Eiskalt. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem Kleinen schon. Wir waren anfangs zwar etwas nervös, aber jetzt bin ich froh, dass wir trotzdem... Viele lange Nächte. Aber das war es wert. Kommen wir zum Wetter. Es bleibt weiterhin ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Der Höchstwert liegt bei 13 Grad. Wer hat die denn hier liegen gelassen? Kaltfront. Zu Halloween. Nächste Woche wird es also kühl, aber es bleibt trocken. Am Montag liegt der Höchstwert bei 11 Grad. Unsere Truppen in Übersee haben offenbar auch mit ungewöhnlichem Wetter zu kämpfen. Auf der Insel Mambajau sind die Nächte sehr kalt, was für Südost-Pasien zu dieser Jahreszeit unüblich ist. Aber die 5. Infanterie-Division fühlt sich ein... Die Zeugen Jehovas. Hm. Vault-Tec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Ma'am, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz, Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Hier bin ich. Ja, das sind Sie. Ja, das sind Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage ähm äh 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 äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Yay. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Ich finde das mit den Optionen eigentlich ziemlich cool, dass du die per Schnelltaste auswählen kannst. Ein paar Informationen überprüfen, mehr nicht. Die Apokalypse? Da bin ich dabei. Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. Okay. Ähm. Mach ich jetzt einen auf stark und doof, oder mach ich einen auf... Wobei Glück war auch nicht schlecht immer. Machen wir mal ein paar an Glück. Mach mal die 7, das ist auch nicht schlecht. ... Wunderbar! Das war alles. Äh. Ich bring das jetzt nur noch zum Wort. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Ähm, danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Wir hätten den Kühlschrank auf dem Gürtel stehen gelassen. Ich hab meine Momente. Wie kann jemand so Kleines nur so viel trinken? Aber er fühlt sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese mütterliche Zuwendung. Die sich so gut beherrschen. Geno, Schatz. Ich helfe dir gleich, okay? Wo ist er denn? Ah, der Iser ja. Mein Junge macht seiner Mutter doch keine Probleme, oder? Ich hab das Mobile über seiner Wiege letztens repariert. Ich meine schon. Warum probierst du's nochmal aus? Das ist mein Junge. Er nimmt sich immer wie sein Vater. Naja, meistens jedenfalls. Nach dem Frühstück können wir noch ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Holen wir lieber Kürbisse. Zum Schnitzen. Sir? Ma'am? Das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth? Was ist los? Gefolgt von, ja, gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche, wir, wir haben nach Bestätigung. Der Kontakt zu unseren Partner sind anscheinend angebrochen zu sein. Wir haben, es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Wort. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Einwohner von Sanctuary Health. Wenn Sie registriert sind, wir geben Sie den Support zum Ort 1001. Oh. Oh. Madam, zum Volt geht es in die andere Richtung. Huch. Das ist doch egal. Wir haben angefangen, es wieder einzukacken. Wir geben Sie den Support. Der Mann von mir trägt das Baby. Entschuldigung. Frau Kram, da treten Sie vor. Wenn nichts, gehen Sie nach Hause. Wir müssen reiten. Wir stehen auf der Liste. Kind. Männlicher Erwachsener. Weiblicher Erwachsener. Danke. Sie beide. Folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Ich mein, ich muss ja schon sagen. In die Mitte. Also. Diese Volt-Versicherung oder diese Volt-Policy war das Beste, was wir jemals abgeschlossen haben. Keine Rate bezahlt und schon benutzt. Wir schaffen das. Ja. Ich liebe dich. Oh. 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 Los. Los. Festhalten. Geht das Licht schneller. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geschafft. Wir haben's geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Board 111. Eine bessere Zukunft. Im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaub es nicht. Eine Minute später. Und wir werden an... Nein, nein. Denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Voltec ist für Sie da. Einfach hier entlang, bitte. Alle neuen Bewohner gehen bitte zu Ordnet weiter. Männlich mit Kind. Hier entlang, bitte. Gehen Sie zum Tisch. Nehmen Sie sich einen Anzug. Männlich. Einfach hier entlang. Willkommen. Nehmen Sie sich doch einen Anzug. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt. Hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also Sie drei, folgen Sie mir. Weiblich. Siehst du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Da vorne. Nehmen Sie sich einen Anzug. Es ist fort. Unser Zuhause. Alles muss wir hacken. Meine Eltern sind unten in DC. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Passt prima, oder? Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell weh zu Hause. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Alles wird gut. Mami ist doch da, siehst du. Schatz, riefst du mir mal? Er ist mein kleiner Held. Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Da ist sie, siehst du. Hey. Ich bin ganz in der Nähe. Lassen Sie sich ruhig zeigen. Wir haben es nicht eilig. Okay? Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Es folgt eine Entseuchung und Dekomponierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3, 2, 1. Manuelle Steuerung sind die Tieren. Hälter Schlauch. Wettbewerb. Das ist sie. Da. Mach sie auf. Ich glaube, die klonen gerade mein Baby. Ich glaube, die klonen gerade mein Baby. Ich glaube, alles wird gut. Von hier. Ich denke, ihnen lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen, dass nur ein, die man hat, mein Sohn nicht. Das ist aber nicht nett hier. Krieg in Krydoanlage. Alle Wurden. Weich unverzüglich verlassen. Komm schon. Es muss doch irgendwie aufgehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott. Oh Gott. Warum sollte Valtek das tun? Ich finde den, der das getan hat. Und er hat wohl die Chance weg. Ich hoffe, es ist die Funktion bei der manuellen Öffnung der Kryo-Kapsel. Kann doch nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Hallo? Ist da wer? Necroyo-Kapseln. Necroyo-Kapseln. Überbrückungsfehlfunktion bei der manuellen Öffnung der Kryo-Kapseln. Sie nicht. Ich habe das geklappt. Was? Sie nicht. Was? Ich finde, der sei. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Er habe mir aber schon gesehen. Oh Gott. 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 Funktion der Notfallüberbrückung der Ausgangstür. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vault-Tec Wartungsmitarbeiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich prügel hier gerade ein paar Kakerlaken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ist das alles, was noch übrig ist? Lebt denn überhaupt noch wer? Hat das jemand nach draußen geschafft? Nett, dich hol ich mir später. You were moved to Figgy, Figgy, Bang, Bang, by European Ball was moved to your channel. Hallo? Hallo? Schaut, du bist da oben in Wellcome. So geht's ja nicht. Und wie das geht? Da war es schon ruhig. Das Terminal muss hier irgendwo sein. Ich kann euch auch wieder verschieben. Ich versuche hier gerade das Terminal zu finden. Ach, nimm mal das hier. Ich versuche hier. Ich hab der Kakerlake gerade voll den Kopfschuss gegeben. Ich versuche hier. Das war's für heute. Ah, ich hab mein Pip bei gefunden. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.